So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Heute öffnen wir ja alle das zweite Türchen. Der eine oder andere hat es ja von euch schon aufgemacht. Und egal was, ob ihr Schokolade habt, Kekse drin, ihr habt Parfüm. Es gibt ja so viele verschiedene Sorten. Smarovski, der richtig teuer ist und sowas alles. Aber ich bin nun mal ein Lego-Fan, weil besonders bei Stavos mit den ganzen Klawotten hinterher mit den Weihnachtspulli. Ich finde das cool. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir heute das zweite Türchen. Das bedeutet dann noch 22 Tage bis zur Bescherung. Heute fange ich mit Stavos an. Und die Nummer 2 ist überall immer gleich. Ihr kennt das ja bei dem Kalender. Wir haben eine 2. Ach, schaut mal. Ein klein weiter. So, werde ich mal eben zusammenbauen. Und ihr schreibt natürlich weiterhin in die Kommentare, was ihr für einen Kalender habt. Es gibt ja ausgefallene, es gibt selbstgemachte. Die selbstgemachten, muss ich ehrlich sagen, die sind eigentlich Vorreiter vor alles andere. Aber wenn ich die selbstgemachte, ich habe ja auch noch einen hier von meiner besseren Hälfte. Ne, wenn ich das jetzt auch noch... So, jetzt muss ich mal eben hier drüber gucken. Der ist aber jetzt... Aha, einer. Der mit der Spitze kommt hier hinten dran. Kommt hier wird's. Dann ein goldener Stein. Dann runter. Ah, die Zeichnungen, die sind ja immer wunderbar. Aber nicht, wenn sie so klein sind. Da passt. Da passt aber vorne und hinten was nicht. Jetzt so schnell vor die Kamera. So, der kommt jetzt auf jeden Fall so, der dann so da drüber. Ops. Das passt aber nicht so. Da ist irgendwo jetzt ein Fehler unter. Ach, da kommt noch ein schwarzer Stein drüber. Okay. Ja, aber das lasse ich, dann wird das Video zu lang. Also, es ist ein Fighter, den baue ich mir gleich zusammen. Wenn ich ihn überhaupt zusammenbaue, das dazu. Kommen wir jetzt zu. Marve-Kalender. Zürchen 2. Oh, da haben wir auch einen Fighter in Rot-Weiß, also in Weihnachtsdeko. Den brauche ich natürlich auch. Sind genauso viele Teile drin. Mal gucken, ob der schnell einfacher zu bauen, ist ein roter Stein. Einen weißen Stein da drüber. Dann kommt der rote. So, dann kommt dieser weiße. Muss natürlich so rum dran. Muss man ein bisschen gucken. Zwei von diesen Steinen kommen hier hinten dran. Einmal. Zweimal. Aber, ich werde natürlich unter dem Video einen Weihnachtskalender drunter packen. Und warum? Weil die günstiger jetzt sind. Das ist leider so. So, da kommt nicht. Der kommt so. So. die weißen. Die weißen. Zack. Der kommt hier zwischen. Also muss auch noch ein bisschen nachgebaut werden. weil ich habe da bestimmt auch einen Stein. Aber ihr seht, es wird ein Raubengleiter. Das zu. Ich baue die auch nicht zusammen. Die kleinen. Ich packe die wieder in die Kiste rein, weil ich brauche ja nur die Figuren. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare. Ich werde natürlich irgendeinen Weihnachtskalender von Lego unter das Video verlinken. Sicher, bequem und auch jetzt günstiger. Aber nichtsdestotrotz eure Meinung. Was hattet ihr drinne? Und das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.